Heini Kopp präsentiert Hühnerstall Uno Ja hallo, schön dass du hergefunden hast. Mein Name ist Heini, Heini Kopp und ich bin der leitende Hahn hier im Stall. Aber bring doch erstmal meine Sachen rein, dann zeige ich dir dein neues Zuhause. Wir leben hier in einem Heini Kopp Uno Hühnchenstall und hier ist genug Platz für ca. 10-12 normalgroße Hühnchen. Unser Uno hat eine Gesamtlänge von 2,30 m und eine Gesamtbreite von 1,03 m. Der Innenraum misst 1,92 m x 92 cm. Auf der Vorderseite, an der sich auch die Türe befindet, hat er eine Deckenhöhe von 1,70 m, die dann nach hinten auf 1,58 m abfällt. Alle Heini Kopp-Ställe sind extrem solide und langlebig gebaut. Sie bestehen aus einem nicht rostenden Aluminium-Skelett, das mit witterungsbeständigen Sandwich-Panelen beplankt wird. Diese ca. 4 cm starken Sandwich-Platten haben in der Mitte einen Hatschaumkern, während das äußere aus verzinkten, danach farbig pulverbeschichteten Stahlblechplatten besteht. Auf der Innenseite sind unsere Ställe immer weiß, während man die Außenfarbe in grün oder rot bestellen kann. Die Sandwich-Panelen, aus denen unsere Heini Kopp-Ställe bestehen, haben einen hervorragenden Dämmwert. Im Winter bleibt es in unserem Stall mollig warm, auch wenn es draußen arschkalt ist, und im Sommer wird es nicht so heiß. Um mit einem Holzstall auf denselben Dämmwert zu kommen, müsste man nur 26 cm dicken Holzplanken bauen. Aber das Schönste kommt erst noch. Im Gegensatz zu herkömmlichen Holzställen kann man Heini Kopp-Ställe mit einem Wasserschlauch oder einem Hochdruckreiniger säubern. Dadurch haben Milben und Co. keine Chance, sich gemütlich zu machen. Und uns Hühnchen bleibt die chemische Keule erspart. Ist das nicht toll? Oh, Entschuldigung, war ja nur Wasser. Wird es Heini unserem Hahn gelingen, die neue Mitbewohnerin zum Einzug zu überreden? Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr im nächsten Teil, wenn es wieder heißt Heini Kopp präsentiert. Am besten ihr abonniert einfach gleich unseren YouTube-Kanal, damit ihr auf dem Laufenden bleibt, wenn die nächste Folge herauskommt. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr über einen Daumen freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Heini Kopp-Team.